Wie wird man Millionär? Alter, was ein Bums. Ich hab keinen Kill gemacht. Herzlich willkommen bei Pink Panther Suchen und Verstecken in Black Ops 2. Ja, die sind sich gerade am Verstecken. Ich werde hier bei 10 Minuten starten, weil die Map kenne ich überhaupt nicht. Und ich möchte noch dazu sagen, dass ich einen YouTube Workshop mache. Da kann man sich für bewerben. Da werde ich aber nur 5-8 Leute annehmen. Und das wird auch ein bisschen was kosten, wenn da einer Interesse dran hat. Also wird alles mögliche besprochen. Ihr werdet dann auch mit mir zusammen ein Video machen und sowas. Und da schreibt ihr mich bitte als PN auf meinem Kanal an. Ich schätze mal, das wird so Anfang, Mitte Januar bis der erste Workshop beginnt. Also die erste Gruppe ist auch schon voll. Und die 10 Minuten sind abgelaufen. Und, 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 und. Hm. Sonnt er sich oder ist er tot? Ja, bei Black Ops 2, das hab ich schon oft gesagt, funktioniert das nicht, wenn man sich da in den Leichen verbirgt. Also es hat mal funktioniert, da lagen aber viel, viel mehr. Von daher. Weil sich der Kopf besitzt. So. Oh. Oh, heute mal keine Blink-Bling-Waffe. Oh, ich sehe, wo die Leute sind, weil sie haben es mir einfach gemacht und haben da solche Trophy-Systeme aufgestellt. Ich bin ja nicht doof, ne? Ich hab nämlich mal den Techniker reingemacht, damit ich nämlich sehen kann, was hier los ist. Na, hat sich das nah für euch angehört? Nein? Ich hab heute auch mal etwas ganz anderes dabei. Nimm mich relativ nah. Ja, nehm ich die Drohne. Oh, die Drohne, zum Glück hab ich alles. Wuppa! Nein. Leichte Explosionsschäden. Oh, was hab ich denn hier aufgehoben? Eine Waffe, die mir zeigt, wo die Leute liegen. Na, na, na. Bitte, bitte nimm sie. Das kannst du eh nicht sehen. Was? Doch, einen kann ich sehen, auf jeden Fall. Ja, aber das bin nicht ich. Ich hab sechs Perks drin, die mich vor dir schützen, äh, vor dir schützen. Ah, aber den Airwave kann ich sehen, den mach ich jetzt mal Kopfschmerzen. Scheiße. Hier wird nicht weggerannt. So, na gut, dann nämlich mal Messer. Messer. Ah, du Honk, Alter, hättest du dich nicht bewegt, hättest eventuell geklappt. Alter, fuck. Vorräte in Bereitschaft. Mach nur mal die Vorräte. Bringt nix. So. Ich hab gesehen, dass du mich gesehen hast. Du hast gesehen, dass ich dich gesehen hab. Bist du das? Ich mag keine Kopfschmerzen. Ach, Darus. Da liegste. Arme Sau. Ich komm gleich zu dir. Ich will jetzt erstmal gucken, ob die Vorräte diesmal treffen. Bitte nix. Ahahahaha, diesmal haben sie getroffen. Ist ja geil. Halten Sie Hunter Killer, drücken Sie Doppel R, um erneut zu versuchen. Na gut, versuchen wir unser Glück. Und was ist es geworden? Kriegsmaschine. Ich liebe es. Darus. Darus. Halt dich fest, es kommt was angeflogen. So, wollen wir mal gucken. Darus. Ich glaube, du bist zu Mehl geworden. Nein, er liegt hinter dir. Ach da. Dein linkes Bein ist leicht verdreht. Ist das schlimm? Nö. Ich kann ja nicht sagen, dass ich aus dem Arzt bin. Ach so. Lass mich. Ach, schade. Ich habe keinen Muni mehr. Zum Glück. Wie schade. Oh, oh, oh. 6, 44 schon wieder. Ich... Los, Panter. Krass bei ihr rum, ey. Da unterm Auto kommt aber keiner drunter, ne? Die sind doch alle viel zu dick dafür. Alle viel zu fett. Ja. Panther, darf ich was anmerken? Ja, oh, guck mal hier, der rote Stuhl. Ja, ich weiß, es sieht aus wie deine rote Couch. Ja, was willst du denn anmerken? Nur ein Merkmal. Ja, verbuddeln. Du wolltest doch anmerken. Ja, ich wollte anmerken, dass ich mich gleich verbuddeln gehe. Ach so. Naja, dann. Dann buddeln mal. So. So mit der Schaufel und so was. Das ist nix. Spielst du Minecraft oder was? Nein. Das wollte ich grad sagen. Was ist Minecraft? Der spielt Minecraft. Ich bin der Hase. Ich spiel Terraria. Ich bin der Harte. Terraria hab ich schon fünfmal durchfallen. Alter, bei der roten Couch, ne? Da hab ich nen Kommentar gelesen. Ey, guck mal her. Er steckt mit nem Bein voll in der Tür drinne. Ist doch ungesund, oder nicht? Das ist ja ungesund. Rückenschmerzen. Oh. Du hast doch nen leichter Explosionsschäd. Oh. Double Kegel. Aber ich hab dein Bein zumindestens aus der Tür rausgeholt. Der kann mir dankbar sein. Ja. Und dem anderen sein Bein hängt wieder in der Wand. Echt? Gern gesehen. Nein, ich muss hier weitermachen. Ihr tut mich immer davon abhalten hier. Äh. Da hingen Beine durch die Wand. Da hingen Beine durch die Wand. In der Harte. In deiner Ecke. Oh. Guck mal wie her. Da hängt der. Oh, nützlich. So. So. Geh auf die andere Seite. Geh auf die andere Seite. Der Mann. Warte mal, ich schneid das hier ab, ne? Und dann bring ich dir's rüber, okay? Der Todbringer läuft fast. Uh. Aber wie ich's gesagt hab. Guck. Es hängt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber es ist drüben. Wie ich's gesagt hab. Wie kalte, was ich verspreche. Schade, dass ich nicht dabei sein kann. Panther, du bist ein Heiliger. Luka. Luka. Halt dich fest. Kommt dann. Löst sämtliche Verstopfungen. Ja. Das ist jetzt mittlerweile auch so. Das ist mein neuer Werbespruch. Pink Panther löst sämtliche Verstopfungen. Ich hab in der Lobby schon gesagt, er nimmt den Todbringer mit. Pia! Er nimmt immer den Todmeldinger mit. Ah, Pia! Das war's Lack Wat air? Das war das Lack. Hä ... Sind noch zwei da jetzt? Heys ist da. Heys ist da, heysrr assy. Sf so, jetzt renn ich schon wieder hier überall rum und weiß nicht, ob ich wirklich alle ... Heys ist da. Dein Ei ist fertig. Ja, wollte ich gerade sagen, na ja, aber. Bein Leben noch, ne? Zwei Stück noch. Ja, den Innenraum habe ich hier noch nicht. Loll, dann habe ich jetzt wirklich schon... Ahaha. Oh Gott. Ich habe die beiden letzten Stunden gesehen, die sind voll vorbeigelaufen. Ich bin an dem vorbeigelaufen. Hä? Nein, komm schon, Leute. An einem, an einem, an einem, an einem, an einem, an einem, an einem. Ich bin am Anfang vorbeigelaufen. Keine Tee. Wir dürfen nichts verwerben, was weiterhilft. Loll. Genau, was soll denn das? Nein. Spray for the Wind. Man hat dich so neu gesehen. Boah, ich bin ehrlich. Ich habe gedacht, ich könnte ihn wiederbeleben, aber es hat nicht geklappt. So, okay. Einer ist irgendwie... Lass mich leben. Mir abhandengekommen, glaube ich. Ich kann wieder leben lassen. Der hat sich gut versteckt. Leute, keine Tipps geben. Und? Ehek gemeinsam. Was denn? Den roten Stuhl. Das ist doch ein Roten Stuhl. Ja. Okay, wie viel haben wir noch? Zwei Minuten, 44? Das müsste eigentlich reichen. Das ist nicht dein Ernst. Problem ist... Leute, psch, 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 beruhigen. Ich habe gerade mir nur... Ja, ihr dürft nicht sagen, auch wenn ihr den aus meiner Perspektive dann seht, ihr dürft keine Reaktion zeigen, weil dadurch natürlich logischerweise... merke ich natürlich dass er dann da ist und wir wollen dem ja eine reelle chance geben tante ich sag's dir voraus in irgendeiner folge stehst du vor einem schaust dich um und siehst ihn nicht also hör auf ach hör auf nein ich mein direkt vor einem läuft gegen ihn merkt dass er nicht weiter kommt und läuft einfach mal weg er ist ja tot ja die ist so dass wir die ist so die Pro zu tun aber es kann das konnte man jetzt nicht mehr erkennen die ich 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 oh Gott der ist auch definitiv mal eine Minute noch bei einem der ist auch tot Panta wird ganz gern schon wieder hoffentlich ist es nicht mehr jetzt noch mal kein Ding hier jetzt entmutige mich mal nicht ein etwas hätte ich auf eine Tasse geht doch eine Minute und dann ist es gesagt krass irgendwie also ich sehe ihn jetzt nicht und ich frage mich selber wo der liegt ich fliege drück mal linke Maustaste dann müsstest du eigentlich von der Karte ja aber selbst dann frage ich mich noch wo er liegt dann drück mal mittlere Maustaste dann kannst du dich schon mal gucken Leute ah egal ich sag nichts ja das versteckt voll genial aber zähle eigentlich ist es wirklich auch in Sicht gelegt ich nirgendwo ein Urheber auch noch ein schlafen schon Leute Panta hat man auch das verlierst du schon wieder echt jetzt so direkt er hat er noch 50 Sekunden also Leute seit mal ruhig hier schlafen schon welche die Autorisierung gescheitert dann hat sich wohl jemand auf deinem Account eingeloggt ja da war keiner ich wollte mich doch wieder veralbern kommen wir durch hier 29 Panta auf der anderen Seite der Map Da ist er! Ich hab ihn! Jawoll ja! Alter Falter! Glück! Glück! I'm the champ! Ja da hast du ja gar nicht geschossen Gar nicht geschossen? Der war einfach tot Ja ne? Doch da bin ich vorhin richtig schön dran vorbeigerasselt Ah so sterbe ich Voll geil Jo na gut denn Vielen Dank fürs zuschauen Diesmal gibt es keine Auflösung weil Pink Panther ist der Beste Haut's da rein Macht's gut Bis zum nächsten Mal Tschüss! 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 ci